Ohoho! Die zwei! Ah, Luca! Hahaha! Hahaha! Hier ist der deutsches Kollege von uns dagegen gefahren. Ja, habe ich gesehen. Audi A3. Schöne Autos zerlegen, ja. Wie war das nochmal mit dem Normalfahren? Ja, immer, immer. Der Luca ist das Schlimmste. Ne, jetzt der hier. 200 Kubik mehr. Ah, mit seinen Felgen, ey. Der durfte letztens nicht in den Waschpack rein. Haha, mit den Felgen? Ja, aber. Der darf nicht mehr als zwei Leute mitnehmen und durfte nicht in den Waschpack rein. Die waren zu groß. Ja, die machen doch witzig. 19, so. Sieht aber geil aus. Ach so, weil die zu groß sind davon hier einfach. Ja, zu groß sind. Das Hauchen ist so geil. Mhm. Hat der Turbo? Ja, obwohl der 150 PS hat. Oder hat der halt. Da geht übel ab. Ja, sowas. Ja, das ist ja auch, wenn sie sehen. Ich bin schon mal vor. Ich bin schon mal vor, wenn sie in den ganzen Tag sind. Nein. Und jetzt, ich bin schon mal vor. Ich bin schon mal vor. Ja. Luca macht das doch mal in der Kurve. Ja, oh nein!